Zeit und es geht los, 0-0. Kanakcha schlägt auf. 3-2. Das war überraschend. Ja, der war jetzt mit viel Unter. Ja, der holt sich einen Punkt zum 9-3. Wenn der Ball zu lang rausgeht, kommt der Vorhandtopspin. Und das zwingt. Starkes Spiel von Manzi. Ja, das gilt es natürlich so lange zu vermeiden, wie es nur geht. Und gleich eine Überraschung ausgepackt. 1-0. Ja, das ist etwas zu lang. Ach, der war nickisch. Aber ich denke, er hat gesagt bekommen, nicht zu aggressiv zu ziehen, wenn der Ball von den Noppen kommt. Und wieder der lange Aufschlag. Ja. Ganz, ganz selten bisher gesehen bei ihm. Bann. Kein Akcha. Noch ein Aufschlag. Vollendet. Nicht perfekt zum Ball. Standardlich hat sie eigentlich nur reingespielt, aber es hat gereicht. Aber trotzdem jetzt. Xi kann sich nicht wie im ersten Satz. Drei, vier Punkte lösen. Drei, vier Punkte lösen. Ja. Und zwar natürlich. Bernd schnellen. Nein. Hat sich für den. Ja. Er hat dann so. Ja, das. Ja, das hat er wohl mitbekommen. Ja, das war auch so oft in die Springe. Die, die, die... Starker Return, aber noch... Er möchte, dass... Was uns alle vereint beim Tischtennis, ist, wir wollen einfach einen tollen Sport sehen. Richtig, richtig. Das ist eine Gemeinsamkeit, die wir alle haben, bei aller Rivalität. Überrascht, Kanak des Öfteren und jetzt auch. 2.4-1-Führung, es war eine 7-Punkte-Infolge für Xie. Ja, kennen wir. Xie. Und der ist hellwach. Können wir das machen. Ja, das hat man jetzt schön gesehen. Ja, leicht in der 10-8-Führung. Oh, ein Angabefehler. Das war jetzt in... Und er macht den Punkt zum 11-9. Gewinnt das Spiel 3-0. Danke viel. Danke viel. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020